Nein, ich sterbe, Leute. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir spielen heute das Gedrucksack und der Rucksack bekommt eine Drohe, in dem er 27 weitere Items lagern kann. Diese Drohe führt er im Inventar mit sich mit Ausrüstung, Drohe. Ja, wer hat er nicht? Und das bedeutet, es bringt ihm auch irgendwie null Kampfvorteil. Das Einzige, was er eben hat, ist mehr Lagerkapazität. Was ich gut finde, weil in Ender Games ist es sowieso immer so, du musst dich von irgendwas trennen, das du eigentlich ja gern noch dabei hättest. Deswegen ist es immer so eine Sache. So, jetzt geht es gleich los. Und was habe ich da drin? Fünf Bottles of Enchanting. Das TNT habe ich mit Absicht trinken gelassen, Leute. Weil ich bin ja eh kein Bomber, also es macht eh keinen Sinn. So. Ist die schon leer? Ja. Die wurden natürlich sofort zack, zack, zack gelootet hier. Und ich renne in Richtung von Bäumen, weil ich möchte jetzt nicht versagen, weil ich keine Bäume finde. So. Erstmal schön hier zu den Bäumen gehen. Noch ein paar Kisten abgreifen. So wie die hier. Oh, die ist schon leer. Auch schade. Mann, wie soll es die leer? Ich dachte, die ist voll. So. Lass mich hier schön. Mh, lecker. Holz. Lecker. Ähm. Das wäre doch mal ein richtig gerasses Kitt. Das Kitt. Baum. Und dann, wenn man es liegt, dann verwandelt man sich einfach in einen Baum. Leute, das wäre einfach nur episch, das Kitt. Das wäre einfach nur so geil. Oh, 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 oh. So. Ich brauche eine Werkbank, aber sofort für ein Schwert. Und so, 62 Blöcke. Können wir uns noch eine Brusti machen. Und. Und ja. Gut, dann holen wir unsere Werkbank. Und der da vorne scheint kein Schwert zu haben. Das ist super für uns. Aber. Denn vielleicht hat er ja gutes Equipment. Und dann. Oh, er hat sich einfach weggeportet. Was soll denn das? Wieso portest du dich einfach weg? Habe ich dir gesagt, dass du es darfst? Nein, habe ich nicht. So. Okay, er leckt rum. Das ist unser Vorteil. Unser Vorteil, dass der jetzt irgendwie einen Disconnect hatte oder irgendwie sowas. Denn jetzt haben wir seine schöne Ausrüstung. So, ganz kurz reingucken hier. Zack, 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 zack. Und. Dann können wir uns auch gleich quasi einen Eisenhelm machen. Und der ist gold. Aber ich sage immer dazu schon Eisenhelm, weil. Nein, ich sage jetzt Goldhelm. Aber ihr wisst ja dann höchstwahrscheinlich, dass der besser ist als ein Eisenhelm. Oh mein Gott, was haben die da vorne veranstaltet hier? Einen richtigen Vulkan gebaut. Oh, da haben wir ja wieder den einen Typen. Drei Eisen. Könnten uns jetzt ganz schnell hier ein Eisenschwert machen. Perfekt. Perfekt. Schnell den Apfel hier rein sneaken. Und da vorne den Typen. Oh, oh. Aber der da vorne hat auch echt eine gute Ausrüstung. Nein, du schießt mich nicht mit dem Bogen ab. Nein. Nein. Lass mich in Ruhe. So. Gut. Hier ein Diamant. Und ein Bogen wäre schon was Gutes. Muss ich sagen. Ein Bogen wäre echt. Ein Bogen wäre echt nicht schlecht. Ja, klar. Oh, was? 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 Wieso? Wieso? Wieso haben wir ihn down? Wir hatten doch eine scheiß Ausrüstung. Alter. Was? Ich dachte gerade so. Och, scheiße. Jetzt werde ich da direkt in den Kampf geportet. Jetzt bin ich down. Und was ist? Nein. Wir haben ihn besiegt. Was ist hier los? Haben wir einen Bogen? Ja, den habe ich weggeworfen. Ich schlau mal ja. So. Zack. Perfekt. Perfekt, Leute. Zack, zack. Wir haben ein bisschen Low Life. Das ist ein bisschen doof jetzt. Ich packe hier mal schnell die gebratenen Fische hin. Sodass ich ganz schnell drecken kann. Und dann machen wir uns noch ein bisschen besseres Schwert. Äh, ein bisschen besseres Feuerzeug. Okay. Oh Mann, wir könnten auch schon enchanten sowas. Zack. Oh. 76 Blöcke. Okay, gut. Ich habe nämlich gesehen, der da vorne, der mit der Eisenrüstung. Hey, komm her. Yeah. Oh, perfekt. Er ist tot. Und jetzt schnell, ähm, hier die Kiste. Die, äh, müssen wir jetzt nutzen. Bam, 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 bam. Jetzt können wir alles hier, jetzt können wir hier alles mitnehmen. Perfekt. Ah, die Pfeile zählen nicht, wenn die in der Kiste sind. Deswegen müssen die hier schnell raus. Perfekt. Und die zwei Goldäpfel können auch hier hin. Und das Essen kann statt den Spinnbeben hier hin. So. Supi-Dupi, das Eisen. Oh, Leute, wir können uns so die guten Sachen craften. Es leben noch drei Spieler. Jetzt hoffe ich mal. 109 Blöcke. 109 Blöcke. Das bedeutet, zack, zack, zack. Ganz schnell hier eine Werkbank raus. Ähm. Und ganz schnell hier ein paar gute Sachen craften. Und zwar einen Diabrus-Panzer. Ein Eisen... Ein Eisenhose. So. Zack, zack. Perfekt. 35 Blöcke. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Das könnte knapp werden. Oh, er ist im Wasser. Perfekt. Naja, wenn du nicht triffst, dann macht das natürlich keinen Sinn. Oh, ich glaube, er ist sonnig. Okay, er hat einen Regenerationsdrang hier. So sieht es zumindest aus. Oh, oh. Ich muss weg. Jetzt muss ich weg. Ein halbes Herz, Leute. Oh, oh. Und jetzt... Schnell den Apfel hier. Nein. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Nein, ich sterbe, Leute. Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Jetzt sterbe ich. Ich bin gerade so geschockt und unter Panik. Oh. Oh, ich gebe ihr die Hits. Boah. Leute, was das hier gerade für ein spannender Kampf, Alter. Jetzt hat sie mich noch vergiftet. Boah. Kannst du mal bitte aufhören, mich zu vergiften? Jetzt sterbe ich wegen der Vergiftung. Und dann mischt sich da oben noch der Typ ein. Na, ja, nee, ist klar. Nee, wir konnten so einfach nicht gewinnen. Wir konnten so einfach nicht gewinnen. Die war sicher nur noch One-Hit oder so. Oh Mann, das war einfach doof. Wir hatten jetzt ein richtiges, ich sage mal, Support-Unglück. Weil wir wurden direkt, wir hatten den einen fast down. Dann wurde der geportet. Dann kam sie natürlich auf mich zu, als ich Low-Life hatte. Dann musste ich natürlich mit einem halben Herz abbauen und konnte mich dann aber noch so ein bisschen rengen mit dem Goldapfel. Aber das Problem war halt, es hat halt nicht gereicht. Dann habe ich ihr megamäßig die Combo gegeben. Und die wäre sicher nur noch One-Hit gewesen. Die war halt auch komplett verzaubert. Und ich denke, die wäre noch One-Hit gewesen jetzt. Und hätten wir die jetzt down gehabt, dann hätten wir noch die ganze Zeit abhauen können. Weil vielleicht hätte sie ja Heilrenke oder sowas gehabt. Dann hätten wir abhauen können und dann hätten wir eventuell den Kampf noch ein bisschen hinauszuhören können. Aber da jetzt alle drei auf einem Fleck waren, konnten wir einfach nicht gewinnen. Außer mit ganz viel Glück. Und ja. Aber trotzdem würde ich sagen, Leute, ihr habt das Kit-Rucksack jetzt gesehen. Das Kit-Rucksack ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel jetzt ganz schnell alles looten muss, weil man gerade jemanden getötet hat. Und das hat uns, denke ich, schon einen Vorteil gebracht. Weil wir dann jetzt noch schnell einen Diablos-Panzer und so weiter machen konnten. Sonst dauert es ja ewig, bis du vielleicht die Diablos-Panzer am Boden findest und so weiter. Und ja, Leute, ich würde trotzdem sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Vielleicht, wenn es eine coole Frage ist, nehme ich sie ins nächste Video. Und ich würde einfach mal sagen, macht's gut. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.